Die Generation Z wurde zwischen 1995 und 2005 geboren. Im Wohlstand erzogen sind sie es gewohnt, ihre Bedürfnisse gestillt zu bekommen, wann immer sie das wollen. Doch kaum aus dem Kindergarten entlassen, wird es ernst für sie. Spielsachen weg und Leistung bringen es angesagt. Schneller, schneller, schneller. Pflichtfächer und mehr Stoff in weniger Zeit. Da gleicht sich der Stundenplan immer mehr dem einer Ganztagsschule an. Hobbys und außerschulische Beziehungen werden für die Qualifikation eher vernachlässigt. Nachdem sie ihren Abschluss so früh wie möglich mit Auszeichnung gemacht haben, geht es ins Studium. Wehrpflicht und Zivildienst ist kein Thema mehr. Die Wirtschaft schreit nach neuen Fachkräften. Und die bekommen sie auch. Durch G8 und Bachelor-Reform geformte Individualisten, die vor allem auf ihre eigenen Ziele, aber dabei stets ergebnisorientiert sind, kommen auf den Arbeitsmarkt. Digital Natives wird die Generation auch genannt und wie es der Name verrät, sind sie mit den neuen Medien aufgewachsen und nutzen diese privat und beruflich. Mit anderen Individualisten kommunizieren sie über sich selbst, über ihre Facebook-Lebenslinie und natürlich über ihren Arbeitgeber. Und Teambesprechungen finden natürlich nur noch in virtuellen Konferenzen statt. Allgemein kann man den Generation Zettler wirklich nicht mehr als Teamplayer bezeichnen. Soziale Kontakte werden meist nur noch über die virtuelle Welt oder Handy gepflegt. Dabei ist es für sie aufgrund ihrer Fähigkeit gar nicht nötig, jeden Tag von 8 bis 18 Uhr im Büro zu sein. Da sie sich ihrer Fähigkeiten stets bewusst sind, nutzen sie eine günstige Gelegenheit ohne Rücksicht auf Konsequenzen oder eigene Wertvorstellungen nur zu ihrem Vorteil. Deshalb könnte man sie als sprunghaft und unloyal gegenüber anderen, im Besonderen den Arbeitgebern, gegenüber bezeichnen. Der ein oder andere Firmenwechsel mehr wird also im Lebenslauf des Generation Zettlers auftauchen. Der ein oder andere Firmen ist, der ein oder andere Firmen ist, der ein oder andere Firmen ist. Der ein oder andere Firmen ist, der ein oder andere Firmen ist, der ein oder andere Firmen ist.